Ich bin... Nein! Moin und herzlich willkommen meine lieben Freunde der Sonne zu einer weiteren kleinen Folge hier auf diesem Kanal. Wir spielen eine Runde Get Down, einen Modus, den ich noch nie konnte und den ich auch immer noch nicht kann. Dabei ist natürlich der Silex. Hallo. Ich bin auch mit dabei. Hallo. Übrigens, wer das Video gestern nicht gesehen hat, das soll sich bitte nicht wundern. Ich heiße jetzt unterstrich tdxhd und Tegel heißt jetzt tdxhd bzw. das heißt ja schon länger. Echt? Toll, oder? Nein! Ich bin so dumm. Ja, das kann ich aus offiziellen Quellen bestätigen. Ich lauf einfach so beinahe... Ja, was hast du denn jetzt schon wieder hingestellt? Ich weiß, warum ich diesen Spielmodus nicht mag. Das einzige, wo ich hier immer punkte, ist die PvP-Phase. Beim Rest kacke ich total ab. Bei mir ist es eher anders. Ohhhh. Oh, da drüben ist eine... Also, früher so, vor einem Dreivierteljahr oder so, da war ich Bombe im PvP. Mich konnte keiner aufhalten. Ich hab Kill nach Kill gemacht. Aber das ist jetzt auch schon wieder ne Weile her. Außer ich konnte nicht aufhalten. Und dass ich gut in dem Spielmodus ist, ist auch schon ne Weile her. Weil ich bin's nicht mehr. Ohhhh. Da ist einer bei sie... Nein, ich bin schon wieder runtergeplumpst. Okay, die Runde ist jetzt zu Ende. Ja. Gut. Nächste Map, bitte. Ohhhh. Ich hasse solche Maps. Also, kann ich... Warte mal, ich hab noch keinen einzigen Coinbook dieser Runde... ...bekommen. Ich auch nicht. Ich war noch das letzte Mal. Alter, wir sind pros. Nein! Bleib weg. Hahaha. Hier einfach weg. Ahhhh. Ich hatte... Ohhhh. Also, ich würd's mal sagen, du warst schon ziemlich easy. Ich ist geträgt. Oh, ich hab jemanden getötet. So. Und ich hasse. Du bist... Du bist gestorbt. Ich hab's gesehen. Ich bin weg vom Fenster. Ich hab's gesehen. Alter, mach... Machen wir Unterricht jetzt, okay? Also, Herr der Spruch, weg vom Fenster kommt. Nein. Mal was der von Hintergrund hat. Nein. Früher... Oder beziehungsweise... Ja, eher früher mittlerweile sind da besser Vorschriften. Aber die ganzen Bergleute... Die haben ja täglich immer richtig viel Staub eingeatmet. Und Dreck. Ja. Weil die halt die ganze Zeit unter der Erde waren. Und dort halt gebohrt wurden. Und alles mögliche. Und deswegen haben die schlecht Luft bekommen. Weil halt deren Lunge komplett... Ja. Verdreckt war. Kann man so sagen. Und die mussten halt dann abends immer am Fenster stehen. Damit sie bessere Luft bekommen haben. Aber wenn sie dann daran gestorben sind, dass sie zu wenig Luft bekommen haben. Dann waren sie weg vom Fenster. Weil die eben abends nicht mehr am Fenster standen. Nee, das ist jetzt wirklich ne wahre Geschichte. Daher kommt dieser Spruch. Das ist ja krass. Alter, ich räum grad voll auf, ey. Oh mein Gott, Leute. Warte, ich hab meinen ersten Coinblock. Ich hab meinen ersten Coinblock. Ich hab meinen ersten Coinblock. Ja. Ich hab jetzt schon drei. Ich bin... Leute, schreibt mal, sind wir die Killer oder sind wir die Killer? Nein! Felix, da bist du an einem besseren Ort. Da waren drei Coinblock und ich hab einfach daneben. Ich hab einfach... Ja, kann man ja mal machen. Aber man kann's ja mal machen. Und jetzt bin ich schon wieder so low und renn hier wieder runter und sterb sowieso. Und das macht alles ganz. Ich stell mich... Doch. Ich stell mich hier gleich einfach aus Protesten nur noch hin, ey. Ich hab... Ja, der eine ist jetzt eh gleich fertig. Ich hab... 170 Coins und ich hab... 315. Ich hab den Mann gekillt und bin dabei auch gestorben. Ey, kann einer mal bitte finishen, der ist... Ja, okay. Wollt grad schon sagen. Okay, Leute, ihr seht, wir sind die... Masters... In diesem... Diesem Spielmodi. Das ist einfach so schrecklich, ey. Wenn du einfach... Weißt du, wie du dich fühlst, wenn du nichts kannst? Ich kenn das Gefühl gar nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Komplett. Komplett ungewohnt für mich. Früher war ich richtig gut im Spielmodi. Ich glaub, es könnt ihr auch noch auf dem Kanal hier finden, ne? Da müsst ihr mal schauen. Ähm... Get down. Früher... Ja, einfach fast jede Map gewonnen. Ist jetzt mein Ziel. Ich bin jetzt konzentriert daran, das zu tun. Darf ich wetten? Und sterbe einfach direkt erstmal fast. Ja? Du darfst wetten. Ich glaub an dich. Dankeschön. Nein! 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 Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe mit einem halben Herz. Bitte komm, Alter. Oh, lol, oh, lol, oh, lol, oh, lol. Ich bin zurückgebackt worden und das hat mir das Leben gerettet. Ein dreckiger Lacka. Ich bin... Nein! Nein! Okay, was hat das jetzt für ein Schrei? Der, der kommt jetzt, der kommt jetzt ins... Das... Pass auf, ich geb dir das zurück, was du mir letzte Folge angetan hast. Übrigens, die letzte Folge... Ab gestern, das war Minecraft Aura. Schaut euch die an. Ich hab zwei Lucky Blocks eingesammelt, beide hintereinander, alle freier Falle. Und das alles so kurz vorm Coinblock. Ich war fast unten, ich war auf Höhe 50. Und dann lauf ich runter und denk mir einfach nur so... Okay, kann man mal machen. Und jetzt spring ich einfach, ey. Alter, ich krieg hier nen Raster. Okay, ich hab grad den Coinblock irgendwie nicht bekommen. Ich habe diese Runde tatsächlich schon mehr Coins bekommen, als in allen zu... Und dann noch einen Runden zu sagen. Okay, ich kaufe mir... Ich packe meine Koffer und nehme mit. Gegensatz zu anderen Leuten. Oh nein, nicht diese Map, nicht diese... Ich versteck mich hier jetzt einfach. Ich warte jetzt einfach, bis da irgendjemand ist, der mich töte. Wobei, die Map nur einer, der schön ist. Oh, da ist einer, den ich töten könnte. Warte, ich kann jetzt den Kill bekommen. Ja, ist bei mir das gleiche, der hat halb Leder und halb Eis. Lol, und bei mir letztes Todes, ey. Lol, lol, lol. Ich seh, ich hab einfach immer so... Und mein Schwert macht halt auch kaum Damage. Oh, der hat nen schönes Schwert, das möchte ich haben. Bleib stehen, Junge. Mein Junge. Bleib stehen. Lol, 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 lol. Oh, da ist einer mit dir. Das ist nicht so. Ich werd von nem Full Tier gejagt. Der hat einfach schon die gesamte Runde lang weg. Und der hat einfach so ein scharfes Verbrennungsschwert. Nein, nein, nicht schlagen, nicht schlagen. Nicht schlagen. Pfff. Oh. Kennst du diesen Moment, wenn du einfach nur denkst, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen? Ich bin tot. Gut. Das war auf jeden Fall nice. Okay, dann schau ich dir ein bisschen zu. Oh, du hast ja gar nicht so schlechtes Equipment. Ja, ich hab ja schon jemanden getötet, aber ich werd jetzt gejagt. Okay, ich renne. Ja, das sind diese OP-Leute, man kann echt nicht viel dagegen unternehmen. Okay, dann werd ich mich da jetzt mal hinbegeben und vielleicht abstauben. Ich weiß, Leute, das ist dreckig, aber ich hab sonst gar keine Chance. Okay, aber du musst dich beeilen. Ah, wann? Die Frage ist halt, ich muss irgendeinen Hitler... Ja, dann kommt hier ein Regenerationseffekt. Okay, jetzt hab ich verloren. Jetzt hab ich verloren, ich hab verloren, ich hab verloren, ich hab verloren, ja. 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 Er bekommt halt einen Regenerationseffekt. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, aber es ist dritter Platz, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. So, Leute, das war's jetzt mit dieser kleinen Folge Minecraft Get Down. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn wir nicht gewonnen haben. Aber ich schreibe leider morgen eine Klassenarbeit, da kann ich nicht mehr so viel Zeit investieren. Ich muss das ja heute noch schneiden und hochladen. Ich würd sagen, wenn's euch trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.